Servus und willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Kondi. Ich bin Marco. Und seit der Penalty-Challenge gegen Lewandowski hat sich kein Fußballer getraut, uns normal auszufordern. Ganz genau, aber ich kenne ja so einen Spanier, der ist nicht so schlecht. Lass mal schauen, ob er Bock hat. Schauen wir uns mal an. Ich beginne? Ja. Ich beginne? Ja. Das ist ein Lieblingsspieler. Ich denke, es wird alles gut sein. Ich denke, es wird alles gut sein. Oh, ein guter save, Alec. Ja. Das war's. Ohhhh! Was ist das für ein Wettbewerb oder was passiert? Ja, es ist gut. Ja, so you won, congratulations, thank you. So, thanks Fabrikas, I hope you enjoyed it. Thank you so much, thank you my friends. Thank you, it's nice to meet you. I think you should have a rematch. Yeah, whenever you want, I'm here, just call me. Okay, cool. Done, and cover.